Unser Holzfäder kann trainiert werden. Bögen werden abgeholt. Gut. Der holt sich irgendwo wieder in der Pampa Stein, genau wie der da oben. So. Packen wir mal noch die letzte Straßen. In. So, du hast die gewünschte Warenmenge hergestellt. Es sind nur noch zwei übrig. Dann mach mal weiter. Eisenwerkzeuge. Okay, die Holzwerkzeuge, da kann ich vergessen. Außer ich hätte einen Träger, der sie mir einsammelt. Aber ich sehe gerade, hier ist nochmal so ein Gebäude kaputt. Könnte vielleicht dann doch ein Zweifamilienhaus gewesen sein. Wäre der Anbau da nicht, dann würde ich es fast glauben. Vorbei, die Tür ist nicht mal mittig. Unser Päcker kann trainiert werden. Unser Steinmetz kann trainiert werden. Gold kommt hier in die Menge. Die Straßen innerhalb des Dorfes sind fast fertig, bis auf das Stück. Jetzt fehlt nur noch die Straße raus zum, unserem Ausbildungsgelände. Beziehungsweise unser Militäraußenposten. Gold kommt hier in die Menge, bis auf das Stück. Wo steht eigentlich der letzte Weg, weißer? Ach, hier hinterm Turm. Ja, ich sehe ihn gerade so. Oh, die ist schlecht. Er ist hungrig. Er soll was essen. So, und die Straße ins Ausland wird gebaut. Mehr oder weniger. Ein Vorteil in Cultures im Gegensatz zu Siedler. Es gibt keine Grenzsteinbereiche. So, er trägt ein Schwert, okay. Und ein Schild auf dem Rücken. Macht er auch gerade. So, du hast dir gewünschte Waren mehrere Menge hergestellt. Kann ich dich jetzt bitte wieder Eisenschürfen schicken? Also ehrlich, wenn er da das Gestein langsam weg macht. Oh, scheinbar kann er jetzt auf einmal wieder. So, ich sehe ihn jetzt auf einmal wieder. Gut, Waffenröcke und Bögen scheinen eingelagert zu sein. Das heißt, du stellst mal Bögen her. Und du stellst die Waffenröcke her. Und ja, sobald alles an Waffen und Rüstung eingelagert ist und nur noch Gold und Bier eingelagert werden muss, können wir anfangen die Babys zu produzieren. Ich bin immer so blöd, wie das klingt, wenn ich das ausspreche. Ja, die müssen immer überlegen wegen ihrer Straße. Ah ja, man merkt, die Straße macht schon mal das Ganze etwas schneller. Und ja, sowieso, wir werden auch immer zwei Waffenröcke und zwei Bögen produziert. Das heißt, wir werden eine gerade Zahl haben. Ja, 16 Bogenschützen macht den Kohl auch nicht fett. Und zwar 10 Schwertkämpfe halt. Im Augenblick sind schon mehr Eisenrüstung als Schwerter. So, er holt Leder. Und ja, hätte ich jetzt mehr Frauen, könnte ich mehr Kinder auf einmal machen. Aber das dürfte ausreichen, was ich an Frauen habe. Das kann ich nicht hier ansehen, sondern hier. 5 Zweifamilienhäuser, 3 Dreifamilienhäuser. Wenn ich das Haus hier oben wegstreiche, weil da soll ich keine Kinder kriegen, sind es 7 insgesamt. Ja. So, du hast die Warenmenge hergestellt. Das heißt, du jagst... Nein, 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 nein. Du schust das erst mal wieder. Neun frische Schuhe. Du bist auch fertig. Das heißt, du kannst wieder standardmäßig Holzfäller machen. Oder erst mal Möbel herstellen. Ja, unsere Bauarbeiter kümmern sich auch um alles. Ganz gut. Bögen werden schon mal eingelagert. Sogar Waffenröcke werden schon abgeholt. Du lagerst Eisen ein. Du hast schon deinen Soll erfüllt. Du bist auch gut dabei. Ja, klappt alles ganz gut. Und hier oben werden auch noch Steine, wo sich wahrscheinlich unsere Bauarbeiter jetzt gerade bedienen. Ja, wenn unser Steinmetz-Zelt voll wird. Ach herrje. Äh, du? Töpfer. Ganz dringend. Ich hab kein Geschirr mehr. Das könnte für die manche Häuser ein bisschen doof werden. So, Schuhe. Mach mir nochmal fünf. So, Bögen und Waffenröcke werden eingelagert. Das ist gut. Das heißt, ich muss bald nach den Schwertern und den Eisenrüstungen gucken. Und wenn das alles eingelagert ist, dann fehlt halt nur noch Gold. Und Bier. Wobei unser Bierbrauer sein Bier ja mittlerweile selber schon reinschleift. Aber ja, ganz ehrlich, während wir warten. Sollten wir noch wenigstens in den Drei-Familien-Häusern die zweite Frau einquartieren. Das sind zwei gewesen. Wenn wir mehr Frauen haben, produzieren wir, holen die auch schneller Nahrung und so. Und wir können schneller Kinder kriegen. So, Bögen wurden alle abgeholt. In der Webstube sind noch zwei Waffenröcke, die auf der Abholung warten. So, unser Schuster kann wieder jagen gehen. Der ist eigentlich schon mal fast von seinen meisten Pflichten entbunden. Genauso wie der Holzfäller. Er muss nur noch schustern und jagen. Und der Holzfäller muss nur noch Holz hacken und schreinern. Ach, du holst da, Stein. Naja, irgendwie macht mir das ein bisschen Angst, wie sich da die Zivilisten vermehren bei den Indianern. Mühler kann trainiert werden, wird er auch. Unsere Träger bei den beiden Sachen haben nichts mehr zu tun, wirklich. Weizen wird jetzt auch eingelagert. Du kannst gleich wieder Eisen schmelzen, wenn du das schon da reinschleppst. Nix, doch nicht vor der Tür ab. Meine Güte. So, du kannst trainiert werden. Werkzeugschmiede steht schon seit einer Weile leer, ist auch nicht so schlimm. So, Schwertschmiede ist schon mal leer. Hier wird es ja. Untertitelung des ZDF, 2020